Es ist euch den ersten Gipfel geschafft, der, wie heißt er, das große Gipfelkreuz, der Rötelstein, da unten Tiberteich. Zugfahren. Erster Gipfel, jetzt müssen wir noch, jetzt gehen wir noch drüben auf den Sahn, da drüben auf den Rund auf den Rund. Also heute haben wir einen langen Marsch vor uns. Ist gar nicht so weinig aufschlägt, gell? Es ist Auszeit, ja, es ist scharf. Ganz schön, Berge, Hochschwab und alles. Die Grenze hätte ich sechst jetzt nicht so genau. Es ist schon geil. Die Stampe haben wir schon ein paar gesehen. Jetzt habe ich einmal von unten weg, direkt vom Weg sind jetzt 400, 65 Meter war es, Ausgangspunkt. Ist zart, fahr dann. Also bis später. Rote Wand. Vielleicht, nein, da drüben mache ich nichts. Rote Wand noch wieder. Fiat euch. Danke. Danke.